und die zwei auswahl von turban meldmann die gab es die art ist auf jeden fall besser als beides die mag ich ja irgendwie die karte ich sollte trotzdem aufhören beim zocken weizen zu trinken nicht vergessen mitzubringen für dich von dem keiner weiß was drin ist gott atomkraftwerk ich mag man kann ja da hoch da ist eine leiter dran aber so an für sich müsste man hoch können man kann ich glaube ich auch aber schaffst es halt nicht weil du immer zuerst abgeknallt wärst natürlich man hat ja gesehen wie toll offen das alles ist scheiße gleich mal tot gleich mal ein kill es geht doch nicht gleich mal erste im team wahrscheinlich noch nicht dass er hier den kill bekommt und ich nicht im gegnerischen team ist ein level 1 sein namens nyan cat genau schmeißt ich erstmal hin der kill war meiner die marke hast du ich weiß mit absicht trotzdem interessant dass du da den kill gekriegt hast und schon eine drohne schön also bald abgeknallt es war ja nennen wir zweimal so lustig die uav abzuschießen ja es ging da halt immer noch es bringt halt nicht so viel weil die drohne nicht so lange hält gleich mal die gegnerische kiste geklaut ist das geil oh alter hier rein ernsthaft einige leute nur mit dem messer ja deswegen sind die auch so schlecht konterdrohnen assist konterdrohnen assist ach du hast jetzt auch noch eine konterdrohne oder was ja da fresst mein wächter wie geil der wächter einfach gerade perfektes timing der blitzschlag gerade war aber auch nicht schlecht er war aber leider nicht von mir von mir wird wahrscheinlich eh das ganze spiel über nichts kommen da steht einer einfach mal rum oh schau mal ein AGR was war das AGR noch das war ferngesteuert oder nö das ist ferngesteuert ach ja genau das war das komische Ding ach das muss man auch erst holen ja klar es wird auch abgeworfen zum kotzen mir ist witzig äh wo bin ich feind ausgeschaltet fuck immer Vorräte unterwegs das sieht geil aus mit dem blau markierten AGR auf der Map AGR fahr von selbst ich hab keinen Bock dich zu steuern töte einfach ein paar dann bin ich auch zufrieden was das AGR ist auch blau markiert ja natürlich was deines ist Achtung feindliche Drohne nähert sich er ist erledigt verdammt müssten eigentlich mal ein freies spiel auf der Karte machen und versuchen auf äh das Atomkraftwerk rauf zu kommen machen wir danach mal machen wir danach mal machen wir danach mal wo bist du denn gerade ich bin grad im Kern ich du mein AGR das hab ich einfach mal kurz ferngesteuert um einen Kill zu holen und dann ist es kaputt gegangen ah ja ich solls eigentlich wie TrueMG machen während den Let's Plays immer Schoko Cappuccino trinken mach halt ich hab keine Schoko Cappuccino Achtung feindliche Vorrechte unterwegs dann macht ihr einen oder woran scheiterts denn dann Schoko Cappuccino Pulver ah ja ich hätt vielleicht nicht Q drücken sollen genau verreck einfach mal ach nein du bist gar nicht ich hab dich mal gerecht cool sind wir wieder quit die halt alle diese MSMC dabei haben Spasten ne dieser 9-Cat ist echt schlecht ja irgendwie schon ich immer erst nachlade wenn ich die Marke habe hier Peace Bruder das gesamte Gegnerteam ist irgendwie nicht so skilled nee haben wir halt gerade Glück damit was hast du gelegt ach fuck aber Hoodies aber die 12 3 ist jetzt nicht so das safest nur 6 9 ja gut das ist dann wohl das schlechteste Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö solu 225 ist echt schlechte Ja, das ist 12.4 Mist Vielleicht nur noch eine KD von 3 statt von 4 Ja, wie hat der mich jetzt bitte gemessert? Der Blitzschlag war nicht nett, der war voll in deinem Gesicht, Alter Ja Lol Da gab es gerade einen kleinen Standlag Alle mit dieser scheiß MSMC Oder mit der MP7 Oder Vektor Ja, die Vektor verwende ich auch Ich verwende jetzt mal für kürze Ach, fick dich Spass Da schon wieder eine Drohne Ach komm Drohne und gleich wieder zerstört oder was? Ihr könnt mich mal Was ist denn? Im Abschuss Bin er so Habe ich 3? Nee Was ist die MSMC? Doppelabschuss. Ich habe die MSMC bis jetzt bei noch keinem Gegner gesehen, wenn ich ehrlich bin. Echt? Also ich werde ständig von welchen damit gekillt? Ich nicht. Ich sehe immer nur MP7 und Vektor. Hinter dir, du Penis. Die mit ihrem Basilikummesser. Basilikummesser? Das Basilisk. Nee, wie heißt das jetzt? Jetzt habe ich die MSMC zum ersten Mal. Und dann wurde ich schon wieder weggehebt, bevor ich sie ausprobieren konnte. Hicken! Ach, scheiße. Der Gegner hört langsam auf. Was hast du bekommen? Die Hammer. Ach komm, Spiel ist rum und ich habe eine Hellstorm und es ist noch Vorräte und alles. Geil. Hey cool, du hast letzten Kill von Penis. Ja. Na, ich bin dritter. Na ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Mit Penis. Mit Penis.